Zehn Stunden? Hallo Leute und willkommen hier bei Mi A Paket. Heute schauen wir uns mal wieder ein paar echt kabellose Kopfhörer an. Die kommen diesmal von Creative und nennen sich Utelier Air oder Utelier Air oder Utelier Air oder wie auch immer man es aussprechen will. Auf jeden Fall echt kabellose Kopfhörer mit einem ziemlich dicken Versprechen und zwar bis zu zehn Stunden Abspielzeit. Nur aus den Kopfhörern raus und zweimal sollen die noch mit dem mitgelieferten Akkucase dann aufgeladen werden. Das werden wir auf jeden Fall überprüfen ob das hinhauen kann und jetzt schauen wir erstmal in die Packung rein. So bekommen wir das hier präsentiert also muss hier noch diese Kunststoffabdeckung erstmal runter und dann finden wir hier die beiden Kopfhörer schon mal einzeln hier drinnen liegen. Ich packe mal alles aus. So da hätten wir alles einmal hier eine Kurzanleitung, dann nochmal die Garantiebestimmungen, alles langweilig kann weg. Dann haben wir hier das Ladekabel, das schauen wir uns kurz an und da gibt es was Gutes zu berichten. Wir haben nämlich USB Typ C hier als Ladekabelstandard. Das ist immer eine feine Sache also nicht mehr überlegen wie rum reinstecken und zukunftssicher ist das Ganze auch. Hier noch ein paar Ersatzohrstöpselchen, aber nur eine Größe mit dabei, sonst gibt es ja immer drei verschiedene Größen, aber hier gibt es jetzt nur eine mitgeliefert. Okay und dann haben wir hier einmal Kopfhörer und das Ladecase. Schauen wir uns mal die Kopfhörer kurz an. Ich schaue mal, ja wir haben hier einen physisch drückbaren Knopf an der Seite und man sieht auch schon direkt, dass wir dort so einen Leuchttring haben. Das sehen wir ja bei ganz vielen Kopfhörern, also physisch einzudrückender Knopf. Dann haben wir hier einmal ein kleines Mikrofonlöchlein dran. Natürlich kann man hiermit auch telefonieren und das sagen sie ganz deutlich hier in der Beschreibung. Ihr könnt hiermit Stereo-Telefonate annehmen, also wenn euer Standard am Telefon das unterstützt, hat man hier nicht nur Monowiedergabe beim Telefonat, sondern echtes Stereo. Dann haben wir hier nochmal, was ist das? Das ist das Creative Labs Logo. Einmal schauen wir nochmal rum, da sehe ich sonst nichts mehr. Und dann an der Innenseite sehen wir einmal ganz klar die Ladekontakte und was das hier in der Mitte ist, ob das der Magnet ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und dann haben wir hier nochmal unser eigentliches Ohrteil, so ein sehr, sehr leichtes Silikonteilchen. Okay und die Markierung einmal links und einmal der rechte. Schauen wir uns das Ladecase an. Das ist aus Aluminium, auf jeden Fall hier dieser mittlere Teil, der ist aus Aluminium. Wir haben hier das Creative Logo drauf, sehr schön und ich denke, jawohl, wir können den so aufschieben. Aber erst schauen wir nochmal hier an die Seite, dort sehen wir einmal, oh das ist ja mal cool. Also ganz klar den USB-C Anschluss und dann bekommen wir noch eine einzelne Anzeige für den rechten und für den linken Kopfhörer, ob die dann vollgeladen sind oder noch am Aufladen sind. Hier dann sieht man, ob der Strom gerade hier angeschlossen ist und hier nochmal eine Akkustandsanzeige, also für links und rechts, das finde ich ja mal cool. Und innen drin sehen wir dann die entsprechenden Gegenkontakte, ich denke, das sind wirklich die Magnete, die man dann hier jetzt sieht. Also ich packe es mal rein, einmal der rechte und einmal hier der linke und die müssen ja mal voll aufgeladen werden. Dann einmal zumachen und wir sehen, dass wir, ja, nichts sehen, könnte bedeuten, dass die tatsächlich voll sind. Das wäre ja mal was. So von der Größe her, ich vergleiche mal hier mit den AirPods, da sieht man schon deutlich größer als so ein AirPods Case und auch ein ganzes Stückchen dicker. Ihr könnt, wie gesagt, die Creative Outlier eher hier zweimal voll aufladen mit dem Ladecase und dann sollen ja, wie gesagt, hier 10 Stunden Wiedergabe geben. Sie sagen allerdings direkt, also es wird groß beworben und dann wird ein bisschen in der Anleitung zurückgerudert, 10 Stunden bei moderater Lautstärke. Wir testen das einfach mal aus. Ich werde die Kopfhörer jetzt hier koppeln mit meinem iPhone 7, auf dem hier iOS 13 schon drauf läuft und dann schauen wir doch einfach mal, wie lange das hier wirklich läuft. Und zwar bei der Lautstärke, wo ich auch normalerweise hier was hören würde. Also da bekomme ich schon eine Anzeige, den linken, dann kopple ich mal. Und das hat sofort funktioniert, ging sehr flott. Das Geblinke hat dann hier auch aufgehört und das ist nur noch ein zartes Pulsieren. Und dann stecke ich mir die Dinger mal in die Ohren. Man bekommt eine akustische Anzeige, Pairing Successful. Und dann schauen wir mal, ob die jetzt hier auch direkt im Stereo-Modus gekoppelt sind. Jawohl, das hat geklappt und die sitzen so im ersten Eindruck sehr angenehm. Ich stelle jetzt hier mal die Lautstärke ein. So, auf dem Level hier würde ich mir jetzt die Musik hier anhören, also ein klein wenig mehr als 50%. Da werden die schon ordentlich laut. Und ich habe jetzt hier auf Dauer wiederholen gestellt und dann lassen wir das Ganze mal laufen. Und zwar unter Kontrolle. Ich starte hier jetzt mal die Stoppuhr und dann schauen wir mal, ob die wirklich hier 10 Stunden lang durchschalten, die Kopfhörer. Bei, ich sag mal, für mich normaler Musik-Lautstärke. Also, dann lasse ich hier mal laufen. Ihr hört. Die Musik läuft. Der Timer läuft. Dann warten wir es mal ab. So, Test wurde unterbrochen. Aufgrund dessen, ich habe jetzt hier eben gesehen, hätte ich eben mal nachschauen sollen. Ja, die waren gar nicht komplett aufgeladen. Also nur 85% Ladung. Also, hier mal USB-Käbelchen angeschlossen zum Aufladen des Cases. Und dann lasse ich hier auch mal die Kopfhörer laden. Da sieht man auch schön, dass die dann hier pulsieren, während sie aufladen. Und wenn die auf 100% sind, dann starte ich nochmal den ganzen Vorgang und lasse mal durchlaufen. Und dann schauen wir wirklich, ob die die 10 Stunden auch schaffen. 10 Stunden Akkulaufzeit. Also, da kann ich ja echt nur müde drüber lächeln, Freunde. Ich sage euch auch gleich, warum. Also, so bin ich hier gestartet. Die Udli ER, 100% aufgeladen. Und dann habe ich sie mal laufen lassen. So etwas über halber Lautstärke. Das hat für mich völlig ausgereicht. So würde ich auch im Normalfall dann hier die Musik hören. Und dann lief mein Timer. Und er lief, er lief, er lief. Und ihr seht, 10 Stunden, 9 Minuten waren vorüber. Ja, die Dinger liefen immer noch. Und vor allem, was mich ja echt fertig gemacht hat, die zeigten noch 55% Akkuladung an. Nach über 10 Stunden. Kann ja irgendwie gar nicht hinhauen, oder? Also, da habe ich mich ja echt am Kopf gegriffen und gedacht, meine Güte, die laufen ja echt ewig lang. Okay, ich habe sie weiterlaufen lassen. Und dann hatten wir schon 11 Stunden 43. Und die Akkuladung, die angezeigt wurde, lag bei 45%. What? Also, kann ja irgendwie gar nicht sein. Vor allem, schaut mal her, wie spät das war. Ich bin dann mal in die Hire gegangen und musste dann den Test am nächsten Tag fortsetzen. Denn die sind immer noch gelaufen. Immer noch bei der gleichen Lautstärke. Ich habe die dann sogar noch ein bisschen höher gedreht, um die Batterien noch ein bisschen schneller leer zu bekommen. Und konnte dann aber nochmal 55 Minuten drauflegen, bis die Dinger dann endgültig leer waren. Also, gute 12,5 Stunden habe ich hier mit den Udli Air am Stück Musik hören können. Bis der Akku hier in den Kopfhörern wohlgemerkt leer war. Nicht hier mit dem Aufladen. Nee, nee, nee. Die kann ich noch zweimal aufladen. 12 Stunden 30, 12 Stunden 40. Bei normaler, für mich Musik-Lautstärke bei etwa, ich sage mal 60% waren das später von der Maximal-Lautstärke. Das ist mega. Das ist eine fantastische Akkulaufzeit. Also, ich war wirklich hin und weg. Ich dachte schon, ich kriege die Dinger gar nicht mehr leer. Also, Respekt. Dafür echt Respekt, wenn man überlegt. Hier, die AirPods, die bringen ja eine Akkulaufzeit von, ja, 5 Stunden, wenn die neu sind. Ich meine jetzt vielleicht hier noch so um die 4 Stunden, weil die schon fast 2 Jahre alt sind. Aber, sagen wir mal, 5 Stunden hier und über 12 Stunden hier. Und das sind ja jetzt nicht die mega dicken Dinger. Gut, es gibt auch kleinere. Aber so richtig super fett sind die jetzt hier gar nicht. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Aber eine super tolle Akkulaufzeit kann ich den Kopfhörern hier absolut attestieren. Also, Respekt. Sowas hatte ich noch nie, dass welche so lange durchgehalten haben. Tja, und wie sie durchgehalten haben mit der Musikqualität, da können die sich echt hier mit den Apple AirPods messen. Also, ziemlich vergleichbarer Ton, würde ich mal sagen. Obwohl ja jeder Preis ein gutes Stückchen niedriger ist. Es sind jetzt auch keine super günstigen, 80 Euro. Aber dafür liefern die einen soliden Ton ab. Die können sich hier mit den Apple AirPods so etwa auf ein Level stellen, würde ich mal sagen. Wir haben hier ein bisschen ordentlichen Bass auch noch mit drin. Was hier etwas stärker rauskommt bei den Udli ER, als hier bei den AirPods, sind die Höhen, die sind noch mal ein bisschen, ja ein bisschen deutlicher, ein bisschen klarer. Stellenweise auch bei höherer Lautstärke ein klein wenig schriller. Aber es macht Spaß hier mit Musik zu hören. Also, da kann man sich echt nicht beklagen. Musik, Soundqualität, die passt für mich. Was für mich auch gepasst hat, wo ich etwas überrascht war. Ich habe euch ja schon am Anfang gesagt, die Form, die ist ein bisschen, ja ich sag mal ein bisschen ungewöhnlich, ein bisschen merkwürdig geformt. Ich erinnert schon so ein bisschen an so ein Hörgerät, also sehr ergonomisch. Und vor allem war ich skeptisch, weil wir hier nur diesen, ja sehr schmalen Silikonstöpsel hier drauf haben. Ob die wirklich so abdichten, dass man nicht so viel von der Umgebung mitbekommt. Aber, jo, passt für mich super. Also die Ohren sind natürlich unterschiedlich von den Leuten. Bei mir haben die super gepasst. Ich habe die eingesetzt ins Ohr. Die haben sofort sich wunderbar in die Ohrmuschel eingeschmiegt. Und vor allem, wo ich überrascht war, die haben gut abgedichtet. Also ich habe die eingeschoben und da kam echt wenig von den Außengeräuschen der Umgebung noch durch. Also die machen bei mir hier den Hörkanal richtig schön dicht. Also tiptop, da war ich sehr überrascht. Also die ungewöhnliche Form hier, die funktioniert. Also kann man machen, sehr schön. Sound gut, Sitz gut, Abschottung von Außengeräuschen, das ist auch sehr gut. Dann haben wir ja hier die drückbaren Knöpfe dran auf jeder Seite. Und damit kann man einmal natürlich Play, Pause machen, die davor zurückspringen. Aber ihr könnt auch die Lautstärke hier anpassen. Dafür einfach gedrückt halten. Auf der rechten Seite wird es dann lauter. Auf der linken Seite wird es dann leiser. Hier gibt es den gleichen Kritikpunkt wie so oft, wenn man hier physisch drückbare Knöpfe hat. Man drückt sich halt hier das Ding immer ordentlich fest ins Ohr rein. Das ist ein bisschen unangenehm, ganz ehrlich gesagt. Aber die ganzen Funktionen hier, die funktionieren. Und ihr könnt die auch getrennt verwenden. Das heißt, man kann auch nur einen Kopfhörer hier mit dem Smartphone koppeln und den dann quasi als Mono benutzen. Und wenn man dann später nochmal wechseln will, wenn der auflädt, kann man dann den hier benutzen. Dann könnt ihr hier ja ununterbrochen gute 36 Stunden dann Musik hören, wenn ihr das immer so hin und her wechselt. Also ihr könnt auch nur einen benutzen, denn jeder hat hier seine eigene Bluetooth-Verbindung. Und die ist gewohnt gut. Da funktioniert alles. Die verbinden sich flott, wenn man sie wieder aus dem Case rausnimmt. Bluetooth 5.0, was soll ich sagen? Das läuft einfach. Tja, und damit können wir auch schon zum Fazit kommen. Ich würde sagen, das läuft hier mit den Kopfhörern. Die sind echt gut. Guter Sound, guter Klang, phänomenaler Akkulaufzeit. Sitzen angenehm. Kann man machen. Also creative. Da habt ihr einen guten Schuss abgefeuert hier mit den Outlier Air. Also ich bin wirklich sehr angetan von den Dingern. Natürlich auch hier das Aufladen in dem Akkucase. Klappt auch alles wunderbar. Machen wir noch kurz den Schütteltest, denn die werden ja mit Magneten hier festgehalten. Und wir schauen mal, ob die Magnete auch solide sind. Und ja, ihr seht schon, da kann ich ordentlich schütteln. Nö, die fallen nicht raus. Also auch sehr solide Magnete hier, dass hier alles sicher und feste drin sitzt. Also gute Kopfhörer, Freunde. Ich kann euch die wirklich ans Herz legen. Von der Soundqualität liegen sie etwa gleich auf. Hier mit den Apple AirPods. Natürlich mit leichten Nuancen Unterschied. Vom Preis her liegen sie aber deutlich unter den AirPods. Für 79,90 Euro, also sagen wir mal 80 Euro, bekommt man hier diese Outlier Air. Und dafür kann man echt sagen, sind echt gute Kopfhörer. Ich verlinke euch die Teile hier unten in der Videobeschreibung, Freunde. Und hoffe, es war für euch interessant und hilfreich bei eurer Kaufentscheidung. So, dann mache ich jetzt mal Schluss und sage danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, euer Merpel Cat. Macht's gut.